Hey liebe Blubber-Familie und herzlich willkommen zu einem neuen Bücher-Video hier bei Ankas Geblubber. Ich bin ein kleines bisschen nervös, denn wir machen jetzt etwas, was ich so in der Form noch nicht gemacht habe. Mir ist nämlich vor ein paar Tagen eingefallen, Mensch, das Jahr neigt sich so langsam seinem Ende entgegen, logischerweise. Aber war da nicht noch etwas? War da nicht noch eine Leseliste, die ich mir Anfang des Jahres für das komplette Jahr aufgestellt habe? Ich habe sie komplett vergessen. Ich habe die letzten Monate 0,0 Gedanken an diese Liste verschwendet und dachte mir, wir gucken heute mal in das Video rein, das ich damals, damals, vor einem Jahr gedreht habe, um über mein Lesevorhaben 2021 zu sprechen. Ich habe mir zwölf Bücher für 2021 ausgesucht. Nein, ich habe sie mir nicht ausgesucht, ich habe sie mir erwürfelt via Bokopoli. So, da ich dieses Video, diese Leseliste komplett vergessen habe, kann es natürlich sein, dass ich jetzt zwölf der zwölf Bücher noch nicht gelesen habe. Vielleicht sind aber auch Titel dabei, die ich tatsächlich schon gelesen habe, ohne an die Liste zu denken. Wobei, ich glaube, im Januar habe ich noch an die Liste gedacht. Ja, ich bin ziemlich nervös, bin gespannt, was aus dieser Liste, beziehungsweise aus den Büchern auf dieser Liste geworden ist und würde sagen, wir starten rein. So, meine Videos. Meine Leseliste 2021, 12 Books in 12 Months heißt das Video. Ich würde es euch gerne nochmal in der Videobeschreibung und auf dem i verlinken, falls ihr da selbst nochmal reinschauen möchtet. Oh je, okay. Ja, ich erzähle gerade, dass ich nicht ganz so begabt darin bin, Leselisten abzuarbeiten, abzulesen, wegzulesen. Warum habe ich mir überhaupt eine aufgestellt, frage ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich habe es doch eigentlich schon vorausgeahnt. Ich spure mal ein bisschen vor. Also, das erste Buch, das ich mir erwürfelt habe, Oh, ein Buch aus dem Subvoting. Was war das? Ah, okay. Beginnen wir gleich mit dem ersten Buch, das ich nicht gelesen habe. Sterne sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Das Buch ist zwischenzeitlich auch ungelesen bei mir ausgezogen. Obwohl so viele LeserInnen von diesem Titel total begeistert waren, konnte mich dieses Buch irgendwie nie so wirklich anfixen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe mehrfach dazu gegriffen, aber hatte nie große Lust, auch wirklich reinzulesen. Deswegen ist es jetzt ausgezogen und war, glaube ich, in meinem letzten Büchertauschpaket drin. So, weiter geht's mit Wurf Nummer 2 und Buch Nummer 2. Oh, ein Roman. Ich ahne, Schlimmes. Das ist bestimmt der Popesco, oder? Ja, Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popesco habe ich tatsächlich danach nochmal, ich glaube, ich habe ihn danach sogar zweimal noch auf meine Leseliste gesetzt. Im Januar direkt und jetzt auf meine letzte Bookopoli-Leseliste. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gelesen, aber die Chancen stehen gut, dass ich ihn tatsächlich in den nächsten vier Wochen mal endlich zur Hand nehmen werde. Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popesco, auch wieder ein Buch, das ganz, 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 ganz viele LeserInnen gefeiert und geliebt haben. Ja, das sieht gar nicht gut aus, so wie ich vermutet hatte. Die ersten beiden Bücher habe ich nicht gelesen in diesem Jahr. Mal gucken, welches Buch ich als drittes erwürfelt habe. Oh, ein Buch aus dem Genre Spannung. Für welches habe ich mich entschieden? Haha, yes, ich ziehe ihn direkt mal hier hinter mir aus dem Regal. Den, passend zu meinem heutigen Pullover, oder? Den Mörderfinder von Arno Strobel. Das ist tatsächlich ein Buch, das ich gelesen habe. Ich habe es verschlungen innerhalb von 24 Stunden. Es war großartig. Ein perfekter Thriller, so wie ich ihn einfach mag. Es war psychologisch toll die Spannung aufgebaut. Es gab aber auch Action. Außerdem gab es hier ein Wiedersehen mit einem Protagonisten aus einer anderen Thriller-Reihe von Arno Strobel, und zwar mit Max Bischoff, aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit einer weiteren Person, über die ich an dieser Stelle noch nicht sprechen möchte. Und ich war einfach total begeistert. Ich habe es, wie gesagt, weggesuchtet. Es geht hier um ein Mädchen, das vor einigen Jahren, vor vielen Jahren verschwunden ist. Es war damals, ich weiß nicht, acht Jahre alt oder so, sechs bis acht Jahre alt, also wirklich noch sehr, sehr, sehr jung. Und damals wurde nie herausgefunden, was wirklich passiert ist. Genauso wenig wurde das Mädchen aufgefunden. Doch jetzt, viele, viele Jahre, ich glaube, zehn Jahre später oder was, tauchen plötzlich ihre Sachen auf. Und zusammen mit Hinweisen an den Vater des Mädchens. Plötzlich steht ihr Schulranzen, den das Mädchen damals dabei hatte, wieder im Elternhaus. Und weitere Gegenstände finden sich im Elternhaus wieder. Also wirklich total mysteriös. Ja, und der Fallanalytiker Max Bischoff versucht herauszufinden, was hier los ist. Was ist damals passiert? Und ist es jetzt tatsächlich so, dass die Tochter, die damals vor vielen, vielen Jahren verschwunden ist, zurückkehrt? Ich kann euch diesen Füller auf alle Fälle empfehlen. Erzählt zu meinen Jahreshighlights 2021 tatsächlich. Und ich freue mich schon sehr darauf, hier in der Reihe ganz, ganz bald weiterlesen zu können, wenn nämlich Band 2 erscheint. Puh, jetzt bin ich doch so ein bisschen erleichtert, dass ich zumindest mal eines der Bücher, die auf meiner Leseliste standen, gelesen habe. Weiter geht's mit Buch Nummer 4. Gelesen oder nicht? Was meint ihr? Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, welche Bücher da jetzt noch kommen. Oh, wow, 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 wow. Also, ein Buch aus dem Genre Romance. Das werde ich doch wohl gelesen haben, oder? Welches ist es? Welches ist es? Welches ist es? The Secret Book Club Band 3 ist es, glaube ich, ne? Liebes Romane zum Frühstück. Habe ich gelesen oder zumindest angefangen. Ich habe es meiner Meinung nach nach zwei Dritteln ungefähr abgebrochen. Denn ich mochte die Konstellation nicht. Ich mochte diese, ich mag generell diese From Friends to Lovers Geschichten eh nicht so gerne. Und ja, die war leider auch nicht mein Fall. Aber Band 1 und Band 2 der Secret Book Club Reihe von Lyssa K. Adams fand ich gut. Sie haben mich gut unterhalten. Und ich meine, da müsste jetzt im Frühjahr oder im Sommer, ich glaube, der Titel wurde verschoben, oder? Ne, der wurde nicht verschoben, der wurde, glaube ich, sogar vorgezogen. Im März oder April müsste jetzt Band 4 rauskommen. Aber gut, ich bin erleichtert. Ein weiteres Buch kann ich von dieser Leseliste streichen beziehungsweise abhaken. Auch wenn ich es nicht beendet habe, ich habe es zumindest mit diesem Buch versucht. Ha, das war doch jetzt der Joker, den ich mir ausgewürfelt habe. Denn bei der Würfelrunde davor hatte ich nämlich einen Pasch. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich nutze diesen Joker, um ein Buch von der Liste direkt zu schubsen. Ja! Ha, 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 ha! Ich bin glücklich, denn ich habe das Buch von Maike Werkmeistersterne, sieht man nur im Dunkeln, von meiner Leseliste wieder runtergeschossen. Somit zählt dieses ungelesene Buch nicht als Fail. Ich bin erleichtert. Okay, nächste Würfelrunde. Ein, ha, ha, noch mal ein Buch aus dem Genre Spannung, für welches ich mich da jetzt wohl entschieden habe. Ich habe dieses Jahr nicht so viel Spannung gelesen. Oh, 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 oh. Ein gutes Mädchen. Ah, je, je. Ein gutes Mädchen. Ich habe es direkt aus dem Regal gezogen. Von Emma Rowley. ist ein Psychofiller, auf den ich sehr, sehr, sehr gespannt war und auch nach wie vor gespannt bin. Denn, ihr könnt es schon raushören, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. In diesem Psychofiller geht es um Kate und sie stellt sich in der Kursbeschreibung selbst vor. Mein Name ist Kate. Ich arbeite ehrenamtlich bei einer Hotline für vermisste Personen. Junge Leute, die von zu Hause weggelaufen sind, rufen mich an und ich leite die Nachrichten ohne Fragen an ihre Lieben weiter. Die Anrufe, die wir erhalten, sind oft kurz und vage oder Telefonstreiche. Aber heute hat ein Mädchen namens Sophie angerufen. Sie hat etwas sehr Konkretes gesagt. Ich sollte jetzt ihre Eltern kontaktieren, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Kind in Sicherheit ist. Das Problem ist, Sophie ist nicht sicher. Und Sophie ist meine Tochter. Klingt richtig, richtig gut, oder? Also ich glaube, ich werde das Buch jetzt in dem Fall nicht mehr zurück ins Regal stellen, sondern direkt auf meinen Nachttisch legen. Das wird ein Buch sein, das ich schnellstmöglich nachholen werde. Okidoki, weiter geht's. Eine 5, 1, 2, 1, 3, 4, 5. Ein Rezi-Exemplar. Das werde ich doch hoffentlich gelesen haben. Oh je, jetzt wird mir gleich ganz anders. Hoffentlich habe ich es gelesen. Blitzeinschlag im Territorium von Christine Werner habe ich gelesen und geliebt. So, ich habe es mal aus dem Bücherregal um die Ecke geholt. Blitzeinschlag im Territorium ist ein Kinder- bzw. Jugendbuch, in dem sich die Protagonistin Terry mit Liebesblitzen auseinandersetzen muss. Genau, Terrys Leben ist ganz schön durcheinander geraten. Erst wurde ihre beste Freundin Nina von einem dieser Liebesblitze getroffen und dann hat es auch noch ihre Mutter erwischt. Aber während Nina kein anderes Thema mehr hat, macht Terrys Mutter ein riesiges Geheimnis um ihre neue Liebe. Ja, eine mitreißende Geschichte über Liebesblitzableiter. Der Terry möchte definitiv nicht von einem Liebesblitz getroffen werden und versucht einen Liebesblitzableiter zu bauen. Eine mitreißende Geschichte über Liebesblitzableiter Regenbohnen. Regenbogenfahnen. Und eine extra große Familienpizza. Es war wirklich ein herzerwärmendes, lustiges Buch. Es gab aber auch tolle Denkansätze und ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig und sehr schön, dass es solche Bücher für junge LeserInnen gibt. Leute, Leute, das läuft ja besser als gedacht. Ich glaube, ich habe diese Leseliste sehr vorausschauend zusammengestellt. Kann das sein? Danke, Vergangenheitsanker. So, mal gucken, ob es so gut weitergeht. Ich habe... Oh, ich durfte mir ein Wunschbuch aussuchen. Okay, das kann ja nur ein... Ja! Right Here, Stay With Me von Anne Petzold. Ihr neuer Roman, der jetzt erst im September, Ende September, glaube ich, rausgekommen ist, habe ich natürlich gelesen beziehungsweise gehört. Und leider hat er mich nicht so sehr begeistert, wie ich es erhofft hatte. Denn ich bin ja ein großer Fan von ihrer Love Next Trilogie gewesen, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Ich habe mich sehr auf ihre neue Dilogie gefreut, aber Right Here, Stay With Me konnte mich leider nicht überzeugen. Aber ich habe es gelesen beziehungsweise gehört und kann es jetzt somit von meiner Leseliste abhaken. Okay, nächste Würfelrunde. Eine Acht. Eine Novität. Das klingt auch machbar. Und für welches Buch hast du dich entschieden, Anker? Jetzt rück schon raus mit der Sprache. Ja, auch das habe ich gelesen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Band 3 der Happy Ever After Reihe von Jenny Kogan habe ich auch wieder gelesen und geliebt und vielleicht war das sogar mein Lieblingsteil der Reihe. So, hier haben wir das schöne Buch. Wo Geschichten neu beginnen. Band 3 der Happy Ever After Reihe von Jenny Kogan. Auch wenn ich hier, ich muss mich korrigieren, das Printbuch habe, habe ich die Geschichte als Hörbuch gehört. Die Geschichte wird nämlich gelesen von Vanida Karun, die zu meinen absoluten LieblingssprecherInnen zählt und da konnte ich nicht anders. Ich musste es mir vorlesen lassen und es war grandios. Genau, hier geht es nämlich um die Londoner Krankenschwester Lissa. Sie erlebt etwas sehr Traumatisches und braucht deswegen eine Auszeit von ihrem Beruf. Sie soll an einem Exchange-Programm teilnehmen, was bedeutet, dass sie in eine Kleinstadt geschickt wird und dort den Job eines Krankenpflegers annimmt und dieser Krankenpfleger kommt dafür, eben nach London um ihrer Arbeit nachzugehen. Und so gelangt unsere Lissa also in das kleine verschlafene Städtchen in Schottland, in dem auch die anderen beiden Romane dieser Reihe spielen. Ihr Gegenpart ist übrigens der Ex-Soldat Cormac. Genau, er liebt eigentlich die Idylle pur, braucht aber neue Motivationen, neue Ansätze und soll deswegen einmal in die Arbeit in einer Großstadt hineinschnuppern. Die zwei treffen sich im ersten Moment gar nicht persönlich. Sie halten sich gegenseitig per E-Mail auf dem Laufenden und kommen sich dadurch eben doch ein bisschen näher als gedacht. Ja, ich glaube Band 3 ist tatsächlich mein Lieblingsband dieser Reihe, wobei Band 1 auch unglaublich schön war, unglaublich toll. Aber da hat mir am Ende was nicht so ganz gepasst. Hier war alles rund, wobei ich am Ende auch dachte, hey, erzähl die Geschichte doch einfach nochmal weiter. Das ist jetzt so schnell vorbei. Ich hätte einfach noch viel länger in diese Geschichte eintauchen wollen. Richtig schön, richtig was für die Seele, was schön ist, was man so wegschmökern oder weghören kann. Großartig. Ihr seht mich strahlen, ihr seht mich glücklich. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich dachte niemals, dass ich so viele Bücher von meiner Leseliste 2021 gelesen habe, ohne davon eigentlich zu wissen, dass ich damit gerade eine Leseliste abarbeite. Wahrscheinlich ist das das Geheimnis. Einfach die Leseliste links liegen lassen und dann lesen sich die Bücher von selbst. Okay, nächste Würfelrunde. Eine Fünf. Oh, ein Ereignisfeld. Ei, 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 ei. Beziehungsweise eine Frage, eine Aufgabe von euch. Oh, die habe ich bestimmt nicht geschafft, oder? Eine Aufgabe von Monemi1986. Ich sollte Buch Nummer 13 in meinem Subregal abzählen. Welches Buch ist es geworden? Ich glaube, ich habe meinen Goodreads-Sub dafür genommen. Ei, 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 ei. Okay. Es ist Deine Worte in meiner Seele von Brittany C. Cherry geworden. Und nein, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Aber dann werde ich auch dieses einfach mal wieder in die Nähe meines Nachttisches legen oder vielleicht einfach mal auf meine Couch. Vielleicht habe ich da mal die Muße einfach zuzugreifen und dann lese ich mich fest. Denn ich glaube, dieses Buch könnte richtig, richtig gut sein. Das ist, glaube ich, das erste Buch gewesen, das von Brittany C. Cherry hier in Deutschland erschienen ist und es hat eine große Welle losgetreten. Seitdem hat Brittany C. Cherry hier in Deutschland eine riesen Fanbase aufgebaut. Es erscheinen ja relativ viele neue Bücher von ihr. Ich habe mal ein anderes von ihr als Hörbuch angefangen zu hören, aber das war mir zu dramatisch und zu puh, ja, nee, das war irgendwie nichts für mich. Ich bin gespannt, was dieses Buch mit mir macht. Ja, und sollte es einfach mal bald herausfinden. Warum habe ich dieses Jahr nicht zu diesem Buch gegriffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, denn es spricht mich nach wie vor an. Also, sorry, liebe Monemi 1986, es tut mir leid, dass ich deine Aufgabe nicht bestanden habe, aber ich werde mich baldmöglichst an dieses Buch herantrauen. Okay, nächste Würfelrunde. Uh, eine Elf, eine Elf, eine Elf. No Comfort Zone. Oh no! Ein Buch, das nicht meiner Comfort Zone entspricht. Eieiei, oh, ich glaube, ich weiß, welches Buch das war. Und wenn es dieses Buch war, dann stehen die Chancen gut, dass ich es probiert habe. Es war nämlich ein Hörbuch, ne? Nein! Hahaha! Es war anders. Ich dachte, ich hätte mir da jetzt, okay, okay. Aurora erwacht von Amy Kaufman und Jay Christoph. Wieso ist das ein Buch, das ich meiner No Comfort Zone zugeordnet habe, weil es Sci-Fi ist? Okay, bis dato habe ich tatsächlich nicht viel Sci-Fi gelesen. Ich liebe zum Beispiel Star Wars und gucke das sehr, 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 sehr gerne. Aber ich glaube, Sci-Fi Romane habe ich bis dato so gut wie keine gelesen. Deswegen habe ich das Buch auf meine No Comfort Zone Liste gepackt. Wie habe ich das dann damals begründet? Tatsächlich, tatsächlich so, ich meine, es ist ja auch so gewesen, ich mogel mich da jetzt nicht irgendwie raus, dass ich Sci-Fi Romane bis zu dem Zeitpunkt so gut wie nie gelesen habe. und deswegen entspricht dieses Buch nicht meiner Wohlfühlzone beziehungsweise dieses Genre im Allgemeinen und da hatte die Vergangenheitsanker durchaus recht, aber ich habe dieses Buch echt geliebt. Es war für mich ein Highlight, ein absolutes Highlight. Ich habe es zusammen gelesen, beziehungsweise gehört mit der lieben Becky und mit der lieben Steffi in einer ganz, ganz, ganz tollen Runde und es hat so viel Spaß gemacht. Wir fiebern jetzt schon sehr dem Erscheinen von Band 2 entgegen, der, ich glaube jetzt schon im Januar oder Februar rauskommt, kann das sein? Zu diesem Titel habe ich übrigens eine Rezension geschrieben. Ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung zusammen mit den anderen Rezensionen, die es zu den Büchern gibt, die ich gelesen habe und die auf meiner Leseliste standen. Im Inhalt dieses Buches werde ich jetzt einfach mal nicht so viel sagen, nur so viel, es ist sehr skurril, es ist gleichzeitig lustig, es ist aber auch unheimlich spannend. Der Fokus liegt hier auf der Diversität der Charaktere, auf einem sehr gigantisch tollen Schlagabtausch und es ist einfach ein großes Abenteuer, das ganz viel Freude macht. Somit ein weiteres Lesehighlight 2021, dass ich mir in guter Voraussicht auf diese Leseliste gepackt habe und ich freue mich, ich freue mich echt, dass ich auch dieses hier gelesen habe. So, habt ihr mitgezählt? Das wievielte Buch war das jetzt, das auf der Leseliste gelandet ist? Viele dürften da glaube ich nicht mehr kommen, oder? Wir gucken mal weiter. Ein Jugendbuch, das werde ich ja wohl gelesen haben, oder? Mein Parade-Genre. Ah, ich sehe es schon hervorspickeln. Nein, und da schäme ich mich jetzt so richtig, richtig, richtig für. Sicherheit ist eine verdammt fiese Illusion von Kira Groh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich erinnere mich jetzt ganz dunkel daran, dass ich mir vorgenommen habe, dieses Buch zu lesen und ich glaube, ich habe mir auch schon ihr zweites Jugendbuch auf die Leseliste gepackt, das hier auch noch ungelesen steht. Oh, also das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr, sehr weh. Das hätte nicht passieren dürfen, dass ich dieses Buch 2021 nicht lese. Ja, nochmal ein Kandidat, den ich mir direkt auf den Nachtisch wahrscheinlich einfach mitten ins Bett lege, dass ich gezwungen werde, es sofort anzufangen, denn es kann doch nicht sein, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Mensch, ja, also da schäme ich mich jetzt wirklich und rede am besten gar nicht weiter drüber, sondern lege dieses Bett, dieses Bett, dieses Buch einfach direkt ins Bett, sodass ich gleich damit anfange. Okay, next. Eine 7. Ein Buch von der Backlist. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Dieses Buch ist, wie man erkennen kann, ein Stückchen weitergewandert im Regal, aber hat es bis dato nicht auf meinen Nachttisch geschafft, wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ich dieses Buch eigentlich lesen wollte, wenn ich das nächste Mal im Flieger nach Afrika sitze. Frühstück mit Elefanten als Rangerin in Afrika von Gesa Neitzel. Ein Buch, das ich wahrscheinlich sehr lieben werde. Ich habe mir aber geschworen, es erst zu lesen, wenn ich im Flieger sitze, wenn ich das nächste Mal nach Namibia fliege oder am Wasserloch auf meiner Lieblingsfarm. Da bin ich dieses Jahr noch nicht hingereist, aus gegebenen Umständen, die wir alle kennen. Ja, vielleicht kann ich damit so ein bisschen entschuldigen, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe, obwohl es auf meiner Leseliste stand, weil ich glaube, wenn ich es hier in Deutschland anfange zu lesen, dann ist das Fernweh oder das Heimweh nach Namibia so groß, dass ich mich quäle, dass es wirklich weh tut, dass ich gerade nicht da sein kann. Deswegen, ich glaube, damit kann ich es entschuldigen, dass ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Und nein, es soll hier keine Ausrede sein, sondern es ist tatsächlich eine Begründung. Gut, ich glaube, wir kommen jetzt zur letzten Würfelrunde. Noch ein Erfolgserlebnis. Wie wäre es noch mal mit einem Buch, das ich gelesen habe? Ein Buch unter 300 Seiten. Oje. Was bist du? Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ah, Idiotensicher. Eieieieiei. Das Buch finde ich gar nicht mehr in meinem Bücherregal. Ich weiß aber, dass ich es noch nicht gelesen habe. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich es nicht aussortiert habe. Ja, wenn es sich so versteckt hier, dann konnte ich es ja auch gar nicht lesen. Da steht es und zwar total falsch sortiert bei meinen Hardcovern. Das kann doch nicht sein. Deswegen, natürlich, nur deswegen habe ich es nicht finden können und auch deswegen nicht gelesen. Nein, das ist keine Ausrede. Hätte ich mich an diese Leseliste gehalten, dann wüsste ich ja, dass dieses Buch draufsteht und hätte es früher suchen können. So sieht es aus. Idiotensicher von Dirk Pope ist ein Buch, das im Hansa Verlag erschienen ist und ich habe schon oftmals gesagt, dass ich ein Fan der Jugendbücher aus dem Hansa Verlag bin und ja, trotzdem habe ich dieses Buch noch nicht gelesen. Moki, Jos und Basti sind Freunde, Kumpels. Sie kennen sich seit einer halben Ewigkeit. Doch was hält diese Freundschaft aus, wenn es plötzlich um wahnsinnig viel Geld geht, eine brutale Dealerbande aufkreuzt und die drei Jungs sich ausgerechnet von der 16-jährigen Ellen sagen lassen müssen, wo es lang geht? Ich glaube, das ist ein Coming-of-Age-Roman. Ein hochwertiger Coming-of-Age-Roman, der wirklich sehr dünn ist, ne? Also jetzt keine Ausreden mehr, Anka, leg ihn dir auf den Nachttisch zu den anderen Büchern und dann let's go! Ja, das war sie. Das war meine Leseliste 2021 und habt ihr mitgezählt? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe tatsächlich 50% gelesen. Ich glaube es gar nicht. Damit hätte ich niemals gerechnet. Somit stehen jetzt noch sechs Bücher von dieser Liste auf meiner neuen Leseliste wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich mir für 2022 eine erstellen werde. Ich glaube eher nicht. Wobei, ich war jetzt gar nicht so erfolglos, ne? Ich sollte sie im nächsten Jahr einfach wieder vergessen. Nein, ich glaube, das machen wir nicht. Wenn, dann spielen wir nochmal die ein oder andere Runde Bokopoli, denn in der letzten Bokopoli-Runde sind auch wieder einige Bücher auf meiner Leseliste gelandet, die ich noch nicht alle gelesen habe. Setzen wir uns mal zum Ziel, dass ich erstmal die lese und dann geht es mit einer neuen Liste weiter. Ja, liebe Blubber-Family, wie ist es denn euch dieses Jahr lesetechnisch ergangen? Habt ihr alle Bücher eurer Leseliste geschafft? Habt ihr euch überhaupt eine Leseliste erstellt? Wenn ja, welche Bücher standen drauf? Wie viele standen drauf? Welche habt ihr gelesen? Welche nicht? Ich freue mich darauf, in den Kommentaren mit euch darüber zu blubbern. So, jetzt kriege ich hier Besuch von der kleinen Hummel, die wahrscheinlich unterhalten werden möchte. Wir spielen jetzt eine kleine Runde. Liebe Blubber-Family, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss drangeblieben seid. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.